Die ist so geil, vor allem auf Stufe 3. Ja, dann schreib dem. Sieht man das eigentlich, wenn man ein Launcher ist, als wenn ich den jetzt in Gruppe einladen würde. So. Ja. Es sei denn, der spielt noch auf HSH-Gamer. Ja, aber ab und zu spielt er noch seinen Bruder irgendwie. Vor allem immer, wenn der on ist, währenddessen ich spiele, ist immer sein Bruder on. Immer. Das ist immer so. Ich habe seit langem nicht mehr mit Nico gespielt. Skinschallenge. Äh, was habe ich? Legendär, episch und blau. Also, äh, äh. Eislegenden als blau. Ja, okay, Deadpool habe ich als Favorit. Also, da muss ich einfach nur nach der Seltenheit machen. Also, ich habe extrem wenige, komischerweise. So, das heißt, dass er legendär ist. Ähm. Dem weiß ich, dass er episch ist. Und das ist einfach blau, so. Aber ich habe keinen grünen Skin. Wen soll ich dann für grün reinmachen? Wollen wir dann einfach no skin für grün? Aber, warte, zufälligen Skin kann man da auch no skin kriegen? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir irgendein... Wie lassen wir Mammut? Mammut. Weil es eigentlich so wie no skin ist, ja, Mammut als grün. Achso, du warst beim Winter... Du warst beim Winter-Event nicht dabei. Äh. Boah, wen machen wir denn sonst? Ah, für grün rein. Maia, äh. Äh, ff... Äh, ff... Äh, ff... Es kann jetzt... Aber das, Maia... Legendären Skin für grün. Ja, Maia ist ja so eine Art no skin, ne? Ja, ähm, weißt du, wen ich als legendären Skin drin habe? Mie das auf Full Gold. Und weißt du, wen ich für episch drin habe? Ich habe für episch Skytrooper, guck hier. Ähm, dann brauchen wir noch wen für grau. Ach, wer ist so eine Art grau? Oder warte, ich weiß, was wir machen. Oder? Ne, das passt aus. Wir müssen es ja jetzt mit Skins machen. Warte, Pickaxe. Ähm, Pick... Wir könnten auch einfach Pickaxe machen, oder? Hast du keine legendäre? Ja. Deadpool ist mythisch. Legendär habe ich Midas. Episch habe ich Skull. Ich habe... Habe ich Skull? Da habe ich Iris. Dieser 5 Euro Skin. Aber falschen Stil. So, und jetzt muss ich wieder auf Random stellen. Aber für grau haben wir keinen. Sagen wir einfach, grau dürfen wir immer nehmen. Und dann halt eben die Farben, für die wir es gemacht haben. Ja. Ich habe auf Random. Das war der, der irgendwie automatisch ausgewählt wurde. Ja, aber da müssen wir doch auf Random stellen, oder? Also, warte. Ich mache jetzt bereit. Ich habe bereit. Warte. Und... Ähm... Ja, ich habe jetzt bereit. Spind und Random auswählen. Und dann einfach da drin bleiben. So, ich mache jetzt nichts. Nichts mache ich. Du hast bereit gemacht. Ich sehe aber... Du darfst nicht nach unten links gucken. Weil ich glaube, dann wird der Skin schon angezeigt. Digga, ich gucke, ob meine V-Bucks an, Alter. 400 V-Bucks, wie weh, Junge. Vor allem, ich habe einen Bug, ne. Ich kann mir keine V-Bucks holen. Dadurch kann ich mir Battle Pass nicht holen. Und, ähm... Habe ich halt den wirklich Epic als angeschrieben, ne. Und ich habe direkt am nächsten Morgen eine... Antwort bekommen, ne. Die fixen das zum nächsten Monat, und dass ich mir den Battle Pass holen kann. Vor allem, ne. Dann habe ich direkt 20 Level Battle Pass. Ja, beziehungsweise 19, aber ich werde sicherlich bis dahin schon Level 20 sein. Oh, ne. Mein Game Sound ist ja mal full laut. Das habe ich ja komplett vergessen, dass er so laut ist. Lol, vor allem, wie kann... Du bist extrem leise, habe ich das Gefühl. Ne, ne. Ich habe Sound-Effekte 5. Ich habe einen blauen, das heißt, ich darf, ähm, blau und grau. Vor allem, guck mal, meine Pickaxe hast du die auch? Die kriegt man auch nur durch RdW. Streamst du jetzt eigentlich, ist dein Stream jetzt online? Ich kann jetzt nicht nachgucken, weil ich ja immer auf YouTube nicht komme, weil er es so rumleckt. Vor allem, ich weiß, wie du diese Dreckspump ordentlich spielen kannst. Du musst einfach schnell hintereinander schießen, drücken, dann schieß sie direkt. Das habe ich zumindest bei Schmocky so gesehen, dass er direkt schießen konnte, ohne aufzuladen. Aber aufladen, ne, da macht ja nur extrem wenig mehr Schaden. Das heißt, aufladen bringt eigentlich nichts. Vor allem, ne, freust du dich schon, dass du legendäre Waffen suchen darfst. Jaja, also hier darf man alles, würde ich sagen, und es steht nur für Waffen. Aber du darfst zum Glück noch grau nehmen. Wir haben ja gesagt, grau darf man immer nehmen. Hat Nico jetzt eigentlich auch so ein Gaming-PC wie du oder nicht? Echt? Als wenn, als wenn hier einer ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich bekomme ich ne grüne Waffe. Wahrscheinlich. Ja, schön zwei Mad-Kids gefunden. Was ist das? Jagdgewehr? Ja, ich hab ein grünes gefunden. Digga, ich habe hier so viele Mad-Kids gefunden, ne? So viele. Ich darf die, ich darf die mitnehmen. Ich darf die mitnehmen. Es ist ja hier. Und, ne Pistol, Digga. Let's go, alter. Ne blaue Pistol. Uh, wenigstens kann ich mich wehren. Ich komm und hol mir das Jagdgewehr. Ja, der ist, ähm, direkt vor mir. Also hier läuft zumindestens einer rum. hab ein. Hab ein. Hab noch ein. Ich hab jetzt zwei Duos angenockt und werd von nem anderen abgeschossen. Der sitzt oben auf dem Haus, ich glaub, das ist der über dir. Der hat die aufgeladene Pump. was ich geh kurz. Ich hab hier aber auch grad voll die Probleme, weil bei mir ist da noch einer in der Nähe. Digga, dann ist da noch so'n Typ, alter. Digga, das hier die größte Schwitzer-Lobby. Ja, Digga, das ist die größte Dreckspum. Alles, go, wir müssen nächste Runde machen. Hm. Bei mich seh ich schon direkt mein Skin, den ich habe. Ich bin jetzt direkt am Arsch. Mehr kann man dazu nicht sagen, ich hab legendär. Nein, der No-Skin hat sich doch nicht gekillt, oder? Sag jetzt, der No-Skin hat sich gekillt. Achso, ich hab ähm, aber der Trick klappt halt eben wirklich, ne? Ich hab direkt geschossen. Alter, das ist einfach nur geil, aber dafür musst du halt eben Pump-Alm haben. Das ist das Problem bei mir. Um gut zu sein, braucht man, ey! 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 Miko, was würdest du sagen, wer besser editen kann? Ja, jetzt ist meine Inf schon wieder zu hoch beim Editen. Das war jetzt so. Ich glaub, die ist immer noch zu hoch. Let's go, hast du Pipi? Komm, es gibt noch welche, die Level 1 sind. Ich bin jetzt halt eben nur für dich und deinen Stream on gekommen. Nö, warum sollte ich Fame machen, Eigenwerbung? Abonniert mich! Auf Pornhub! Hast du grad nicht gehört, was ich gesagt habe, oder? Okay, gut, finde ich gut, finde ich gut. Komm, ich wollte eigentlich in mein Kellerhaus landen, ne, aber guck mal, wo ich gelandet bin. Ich hab Spaß mir... Echt, Ian hat mich ne Chance, einfach mal geile Waffen zu bekommen. Oh, jei. Ich hab ne Chance zu leben. Sag aber Bescheid, wenn du ne legendäre Waffe hast. Ja, ähm, ich hab ne grüne MP gefunden. Oh, erstmal ne grüne Pump gefunden, ja, auch nice. Äh, ja, ich habe bis jetzt keine einzige Waffe... Oh, wir sind in der Sohn! Ja, ähm, ich hab bis jetzt nur grüne Waffen gefunden. Tja, äh... Ja, nochmal ne grüne AR, finde ich gut. Let's go, graue Pistil. Wuuu. No way, no way, hier liegt einfach so ein Jagdgewehr im Blau aufm Wasser. Vom, na, jetzt werden mich Freunde ein, halt immer von der Pistil. Die sollen mich nicht abfacken. Oh, das bleibt mir nicht voll ehren. Oh, let's go, noch ne Pistil. Wuuu. Aber ich spiel nur eine Pistil. Ich spiel nur eine Pistil. Vor allem hast du einen Zuschauer. Hast du überhaupt nen Zuschauer? So, jetzt streamst du so den ganzen Stream ohne Zuschauer. Ja, geil. Vielleicht haben die Leute einfach an nem Sonntag keine Zeit. Vor allem, ich habe mit Absicht Sonntag betont. Weil es Sonntags halt eben bessere Sachen gibt, die man machen kann, als ins Stream zu gucken. Ja. 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 Ich habe auch schon Spaß mit einer grauen Himpie, ne? Mein Loot ist Trash! Ja, ich hab ne graue MP, ähm, das war's dann wieder mit meinem Loot. Ja, also ich muss... Ich muss sagen, ich hab ne graue MP, und das war's dann auch schon wieder mit meinem Loot. Ja, also bei mir liegt im Haus auch ne blaue Piste, wenn du haben möchtest, ne? Kannst dir noch ne blaue AR gönnen? Vielleicht noch ne Apuna? Ich hasse es! Ich hasse es! Komm, ich hab so viel Muni, ne? So viel Muni! Nein, da vorne ist ein Gegner! Let's go! Let's go! Bitte lass mir den, das ist mein Fisch! Sende Pump! Er hatte eine AR für mich! Wow! Er hat schon bessere Waffen gefunden als ich! Und weißt du was, weißt du was ich nicht verstehe? Die ganze Zeit guckt sich meiner so ganz komisch um! Obwohl ich nichts mache! Guckt er ab und zu irgendwie nach oben, nach links, nach rechts! Ja, was möchtest du mir noch geben, ne? Komm, vielleicht hast du irgendwie so'n Chak-Chak für mich oder so oder sonst was! Wann muss ich hier? Oh ne, weißt du was das blöde ist? Ich muss für uns spawnen! Ja, aber Sven, wenn du so richtig 90's kranken kannst! Ja, also! Ja, mich mit! Dann stemmen die Gegner und ich! Und du überlebst! Und danach falle ich wieder runter, weil du mir nochmal runterschießt! Gibt es hier nirgends wo ne Pump in Grau! Ja, toll! Was soll ich jetzt machen? Ja, sorry, dass ich vielleicht ne Waffe brauche! Mit der ich vielleicht etwas anfangen kann! Och komm, ne Pump, ja, supi! Full Grau Inventar, ja! Ja, na klar, schießen sie auf dich! Was sollen sie denn sonst machen? Vielleicht durch alle Wände, die da stehen, auf mich schießen? Ja, na klar, sein Teammate, aber ich komme auch! Oh, mein Ohr, juckt! Ah, jetzt geht's! Ehm, check dir nicht, dass du genau hinter ihm stehst! Ich schieß auf ihn! Ich schieß auf ihn! Du schießt hinter ihm! Juckst nicht mal mehr drum all deinem Metz! Brauchst vielleicht Minis, ich hab acht Stück! Loll, die siehst du jetzt auch auf der Auge! Oh, Digga, deine Gäle ist mein Sturm, Alter! Vollidiot! Du schießt! Brauchst du Minis? Scheiße, Digga, die sind da in deiner Box abgeprallt! Komm! Perf! Loh, die! Wo liegt der? Loh, ich hab's geschafft, reinzuwerfen! Hier! Bin aber der Beste! Ich bin vielleicht nicht eben damit du full life hier ist! watz jump and run profi ich hab jetzt gleich schon ein schulholz, dann merkt man schon wieder wie viel ich gefarmt habe so, ich hab jetzt schulholz aber zum Glück ist hier noch ein Boot, aber einmal kurz dieses Haus hier looten und dann in die Zone cruisen ja, na klar bekomme ich wieder eine blaue Pump wahrscheinlich ja komm, noch mehr Pumps in diesem Haus vielleicht noch eine fünfte? ne, keine fünfte hier ja, ich... ich höre einfach deine Tassatur die ist nicht laut, Digga, du haust einfach die ganze Zeit drauf wie bedient man eine Tastatur richtig? jawoll wollen wir vielleicht losfahren und zur Insel da drüben fahren? ah, möchtest du vielleicht einen Repertiersniper? das ist ein Delfin das ist ein Delfin ah, wie gut, dass ich ein graues Inventar habe und wie gut, dass da ein Dreckshai ist jimiii, ach man egal, wir sind schon am Hai vorbei ah, da vorne fliegt ein Typ ah, guck mal, da vorne ist ein Typ a und b ich bin raus getrom ShejChek, Nockt ja einer schon Nockt ein ein von beiden schick schreck ein ob ja die erschiebt schreck alter kannst du kannst kein englisch ob wir nicht er ist abgehauen ich weiß genau was er vor hat er probiert jetzt dass ich ihm hinterher fliege dass er mich dann holen kann aber nee nee mein freund nee nicht mit mir bei mir sind leute ich bin direkt in andere leute reingeflogen ja das ist dann mal wieder komplett mit mir ja vorsichtig die landen direkt wieder ihre poms auf du musst schnell hintereinander schießen oder man macht es einfach so wie du ja siehste hast gemerkt dass zwei mal hintereinander schnell geschossen ja das ist einfach so geil aber das game ist so ich weiß genau dass wir jetzt nur mythische oder graue waffen haben dürfen wir sollten direkt bei irgendwem landen der mythische waffen hat das sind die märz des zehn halbwegs genommen und guckst jungen hast du der jungen dort ein skin geändert ja okay war jetzt auch an uns an der lobby gegangen Hast du, ähm... Ja, jetzt wenigstens ein paar Zuschauer, Minion. Dann guck doch mal. Jetzt guck. Junge. 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 Jetzt sag doch, ob du Zuschauer hast. Ich darf mich beleidigen. Sonst bekommst du von YouTube einen Strike. Junge, jetzt wehst du aber wirklich Skins aus, oder? Was machst du jetzt? Keine Favoriten mehr. Ich brauch kein... So, ja, was, ähm, machen wir denn jetzt für eine Challenge? Irgendeine andere Challenge oder gar keine Challenge? Können wir jetzt eine Runde normal spielen? Geil. 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 Junge, ich hoffe, mich einzuladen. Ich werde jetzt nicht in RDW reingehen. Ehm, icharım. Junge. Geil. Geil. Michele. Ja. Michele. Jo, was machen wir jetzt? Hast du ihn gekickt oder er hat verlassen? Okay. Okay. Teams. wir kommen bitte rein wir kommen jetzt rein, dass du Teams reingemacht hast achso, ich bin mein Freund gewesen ja, ja ich benutze ja nicht Schimpfwörter dann bekommst du meinetwegen Strike was ist bitte das für ne Dreckskinn, Alter ähöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöö der ist einfach nur häss wer ist das jetzt? hey du bist jetzt Emil Digga, wievieler wollt ihr jetzt meintreten? Danke. Also, Emil ist ein Freund von mir. Ein guter Freund. Digga, was kommt mit meinem Herz jetzt los? Ist das okay, dass ich Musik abmache? Nein. Warte mal, tippen. Das ist eigentlich mein Freund. Ich bin . Ich slipped mich. Nein, das ist nicht ganz. Es wird nicht geprägt. Was ist das für die Scheiße? Besser. Endlich habe ich Ruhe. Wie gut, dass man Leute stummkommt. Kannst du den Emil mal kicken, der regt mich auf. Und vielleicht den anderen noch dazu, weil der springt. Wieso denn? Sag dich doch, behindert. Äh, womit du's spinn? Ja, okay, komm. Wir waren eben zu viele. Ich hab den jetzt genervt. Ich hab den in der FA geschickt, dem einen Typen, damit ich den gleich beleidigen kann. Er muss nur annehmen und ich werde irgendwann in seine Gruppe gehen und den richtig hart beleidigen. Damit ich gebannt werde. Können wir da jetzt eine Runde normal spielen, ohne dass irgendwer reinkommt und abfuckt? Und warum verarscht ich? Was machen die? Ja, können die deinen 5€-Skin? Es gibt doch gar keinen 5€-Skin gerade, oder was meinst du jetzt? Welchen 5€-Skin denn? Achso, der ist immer noch drin? Tjo, wie lange haben die den bitte drin? Was ist das für ne Kacke, Alter? Können wir den was drin haben? Du kriegst Baum mal drin. Ich hätte den noch eben rein! So. Dann mache ich jetzt eine andere Spitzhacke rein. Wie gut, dass ich schon 95 Spitznack... ...habe... ...habe... ...und gefühlt 79 Skins. Dass ich nicht die finde, die... ...die ich hatte... Genau, die Oller hatte noch ein Backpack. Ich lache... Es läch! Es läch! Ah, komm! Ähm... Wie viele Vibachs hast du jetzt? Ähm... ...ähm... ...ähm... 850... Kannst du mir diese Augenpick-Ecks schenken? Sei Ehrenmann! Gönn im Stream! Gönn! Gönn! Gönn doch! Er gönnt einfach nicht! Er gönnt nicht! Was ist das für ein fetter Hänge-Gleiter, Alter? Möcht ich denn bitte den haben? Gönn! Gönn! Ja, voll! Weißt du, wie der mich das interessiert? Genau! Hm? Dreck! Hm! Hast du den grad ernsthaft geholt? Ja, damit hättest du mir lieber diese Augenpick-Ecks schenken können! Ja, damit Sie noch jemanden nicht komisch und sollten nur noch einmal die Augenpick-Jer cloche! Dass ihn nicht sein kann! Was die Augenpick der Augenpick-Jer cloche! Nöcht! Willst du die Augenpick-Jer cloche?! Ja, damit ich daher mache. Du bist der Augenpick-Jer cloche. Du bist der Augenpick-Jer cloche! Okay, wo kommst du, deswegen Strike? Kannst du deswegen einen Strike bekommen? Hoffentlich! Wo landen wir? Komm, weißt du, was das Geile ist? Mich kannst du dir einfach so mit meinem Namen editen, der gerade angezeigt wird. Das ist das Geile. Kitty Corners, oder? Das ist doch Kitty Corners, ne? Ich wollte gerade eine Beleidigung sagen, aber habe es nicht getan. Warum möchtest du da eigentlich landen? Das kleine Kitty Ficky da ist, ähm, das trifft doch eh nur Headshots und one shotte dich weg, alter. Und du willst da landen? Ne, ne, also ich lande lieber da, wo ich jetzt gelandet bin, weil ich eine Waffe gesehen habe. Ja, ich würde jetzt auch so gerne noch ein Jagdgewehr dazu haben. Das wäre wirklich geil. Bekomme ich aber nicht. Ich bekomme eine Tag, aber hier, falls du eine Pampa haben möchtest. Und kannst du irgendwann mal gucken, ob du einen Zuschauer hast? Ich möchte doch nicht wissen, ob ich fluchen darf oder nicht. Na klar darf ich fluchen. Die Gegner hören es ja nicht, wenn ich die beleidige. Also darf ich fluchen. Na klar, als wenn ich dich so nennen würde. Und wow, eine Bolt-Action-Sniper. Chat-Shot? Chat-Shot? Hast du wirklich einen Chat-Shot verteilt? Da liegt ein Jagdgewehr. Nein, da ist die Dreckskatze. Will doch nur dieses Drecks-Jagdgewehr hier. So. Das ist gut, die hat mir irgendwie nichts getroffen. Bossen du den einen Typen genockt? Was? Ich habe einen Headshot killed. Bei dem, der war direkt tot. Und du willst du wissen, was? Ich bin am Arsch. So. Jetzt helfe ich dir. Weißt du, was ich dir übrig gelassen habe? Den hier. Die Pump habe ich mir kurz gegönnt. Weil eine mythische normale Pump ist dann auch schon wieder eine mythische OP-Pump. Oh, ein episches Jagdgewehr. Oh, ein episches Jagdgewehr. Also du kannst sagen, was du willst. Ich habe gerade ein episches Jagdgewehr bekommen. So, ich gönne jetzt den Tresor. So. Ich gönne jetzt den Tresor. So, ich denke, wir sind natürlich ein Fischland im Durchschnitt in den USA. tresor gehören also ich zumindest wissens war zweck mit dir besser los hier ist es doch war zweck mit dir du kommst wie gelegen mein fremd hast du ne pump hast du hier wenn du möchtest mit dem tritt ist die europä ich habe eine lila mit den 90 das was da oben saß doch locker wir hier so jetzt hab ich getroffen nein lass mal den Typen ha Junge jetzt mach deine Treppe weg mach deine Treppe weg hier so drunten zu bekommen hier scheiße Ich bin daneben geflogen, unfair. Ich bin genauso gesprungen wie du, aber in der Klappe bin ich daneben geflogen. So, und damage as fuck. Warte mal, hast du den Granatenwerfer mitgenommen? Jo, Digga, das ist ja mal so easy. Drecks Bouncebett. Warte, warte auf mich, warte. Ja, irgendwo. Ja, der möchte auch in die Sonne kommen, also lass den Typen mal. Und warum ist hier ein Boot auf der Straße? Das ist eine Straße. Hast du gerade ernsthaft den Heli probiert anzuschießen? Digga, ich verrecke hier, ne? Und du spielst da so schön mit deinem Drecksgranatenwerfer rum, der dich einfach rettet. Digga, du hast auch kein einziges Mal so ein Damage bekommen und ich verrecke währenddessen so ein Damage. Nein, lass, lass in Ruhe, lass in Ruhe. Spar dir die Schuss auf. Komm rein in mein Boot. Schnell, beeil dich, sonst verrecke ich. Nein, 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 nein. Das war knapp. Digga, was denkst du, was ich vorhabe? Ja, wahrscheinlich jetzt snipen die noch auf uns. Ich hab's geschafft. Ich bin raus. Hier hinter hab ich Schutz. Ja, ich wurde von irgendwen geholt, Digga. Guck mal, hier runter, warte. Ich hab, hier finden die uns. Ich glaub, ich hab einen Headshot kassiert von irgendwen. Aber es kann auch sein, dass ich von irgendeiner Boot-Action-Sniper geholt wurde. Nein, wahrscheinlich pushen die. Nein, Digga, ich hab ihn fast gedrückt. Ich hab dem einen fast gedrückt. Aber ich hab meinen MP liegen lassen. Was soll man machen? Ich hatte 116 HP. Lass ja irgendwie ein bisschen Criator spielen. Lass ja irgendwie ein bisschen Criator spielen. Digga, wir spielen wahrscheinlich spielen wir jetzt die ganze Zeit doos, Alter. Du streamst seit fast einer Stunde und hast locker keinen Zuschauer. Es gibt immer mehr Criator. Leute, das ist passiert. Ich hab endlich da dir gezogen. Ich war super aufgeweckt. Aber wir haben so viel geredet. Du bist so ein toller Mensch. Davon haben wir ein bisschen was gefilmt. Und das würde ich gerne morgen um zwei Wochen haben. Also wenn es euch interessiert, schaut gerne vorbei. Also wenn es euch interessiert. Ja, wahrscheinlich bekomme ich zwei Videos aus Digga, den anderen Namen von jetzt Dima. Ja, das ist schon ein bisschen süß. Warte, ich komme gleich sofort wieder. Warte, ich komme gleich sofort wieder. Was? Wohin? Kann es sein, dass dein Livestream nicht mal mehr on ist? Hast du einen Zuschauer? Wow. Und rat mal, wer es ist. Nein, bin ich wirklich nicht. Mein Handy ist gerade aus, also kann ich es nicht sein. Dann sollst du umkommen. Wow. Andreas. Äh, du mich. Äh, du mich und ich beleidige dich nicht. Du musst Druck gegenüber den Leuten aufbauen. Und ich muss einem Druck den Gegner aufbauen, der gerade an mir vorbeigelaufen ist, ohne mich zu bemerken. Noch mehr Chuck Splashes. Digga, der läuft doch hier irgendwo rum. Bartzen, ein Noct. Ich glaube, der ist irgendwo bei mir. Da habe ich gemerkt, ich habe ihm auch einen grauen Hit gegeben. Ich habe noch einen Noct, also einen komplett anderen, der damit nichts zu tun hat. Ich habe vielleicht keinen A-R-Schuss mehr. Oh, da vorne liegt eine... Oh, fuck. Digga, er kann den Stalin gehen, digga. Du willst nicht wissen, was ich mit denen gemacht habe. Ich habe dreimal geschossen und habe ihn dreimal gehittet. Und das Schlimme ist, ich habe ihn nicht mal mehr gesehen. Das war so eine Art Ghost Peak. Bats, Bats. Weißt du, was ich gerade mit dem Loot gemacht habe? Schlürf, 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 schlürf. Hat der eine Typ jetzt eigentlich reingeschrieben, wer er heißt oder wer er ist? Jetzt nehme ich dir eine Kamera hier, hops. Bats, easy. Das ist doch sicherlich der eine Bot, oder? Mh, ne Aug, ja, schmeckt schon, würde ich sagen. Hier ist noch ne Aug. Ich habe die übrigens ne Aug markiert, die ist so OP, die hat so'n krassen Zoom. Das ist so, hast du Rocket Launcher-Money? Ich brauche keine YouTube-Benachrichtigung gerade. Ich habe vielleicht die mythische. Wie gesagt, ich habe den Loot gerade weggeschlürft. Ich habe auch den Rocket Launcher. Vielleicht sollten wir gehen, ich habe sogar nen Jump Head. Jetzt können wir die Aug, die im Tresor liegt und dann müssen wir gehen. Hast du irgendwie diese, nimmst du die Pats mit? Oder sind die überhaupt die Pats? Hast du diese Sprung-Pats? Ja, okay, dann muss ich wohl hochbauen. Ja, ich platziere hier jetzt einfach schon, damit wir nicht so schnell runtergeschossen werden. Let's go, wir sind jetzt gleich schon in der Sohn. Let's go, oh, da vorne hat wer Boot. Da habe ich gerade gehört. Ah, der eine Typ ist mit nem Boot unterwegs. Der ist da vorne beim Haus. Na. Aber die sind gerade weggegangen. Ich würde es gar nicht erst so richtig probieren, da hin. Ja, aber auf mich, auf mich wurde gerade gesnipet. Irgendwer snipet von der Seite. Ich gehe auf die Tanke. Ich habe auch ultimativ wenig. Aber ich frage mich, warum Nico nicht umkommt. Noch mal. Achso. Ah, ne, der eine hat sich auch Blue-Shield gegönnt, das hat man gesehen. Ah, die fliegen weg. Hat der gar nichts getroffen, Alter. Man kennt ihn, trifft einfach null. Ich habe hier eine Blue-Tag, falls du möchtest. Ja, aber wir müssen auch move, ne? So ist es jetzt nicht. Es war gut, dass sie so... Warte, wir benutzen einfach deren Jump-Pad, was sie geplaced haben. Schlauheit hoch 5, Alter. Let's go. Na, na, hier vorne ist das Jump-Pad. Hier. Vor allem, ne, die Markierung ist bei mir einfach hier und das Jump-Pad steht da vorne. Nice Jump-Pad on this place. Ja, gönne noch die Muni. Wart's Bunny-Jump hinbekommen. Ja, okay, also es hat schon... Also ich muss sagen, es hat schon was gebracht, das Jump-Pad. Knapp 200 Meter hat es gebracht, aber dann ist es auch schon wieder zu Ende. Was hast du gemacht? Boah. Digga, du hast deine Leertasse gesp... Ähm, ja, okay, das warst du mal wieder komplett, Alter. Nö. Ich spam ja 3. Genau, ich spam... Miku, ich spam meine Leertasse. Tut mir leid für den Leertasten-Spam. Nein, 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 fickt euch, fickt euch, ihr Spasten. Sorry, dass ich jetzt beleidig habe, es ging nicht anders. Ja, na klar, von den Typen von eben, die lassen nicht locker. Ich wollte mal anstatt, dass ich ein Mad-Kid finde, anstatt, dass ich ein Mad-Kid finde. Nein, ich finde ein Biggie. Wie last du von den Dingern? Ich weiß, ich habe wohl gesehen von Anfang an, dass da zwei Haie waren. Acht Haie? Ja, ich hatte auch acht Haie. Wer nicht? Wollen wir Richtung Loot-Drop? Aber wo ist denn bitte das Jump-Pad? Wo hast denn du bitte den Jump-Pad gesehen? Ähm, ja, ich habe es ganz klar gesehen, ja, ja. Ja, habe ich halt den wirklich gesehen. Hey, Digga, wie siehst du das? Hast du Hacks? Ah, ne, die Markierung ist schon wieder fünf Kilometer daneben. Let's go. Vor allem, ne, du hättest die Chuck-Splashes gar nicht usen müssen. Hier unten liegt einfach ein Mad-Kid. Warte, lass mal so in Richtung, sollte ich hierhin so gehen. Ja, oder möchtest du denn nicht erst das Mad-Kid da vorne gönnen? Oder warte, lass mal beide Chuck-Splashes usen. Dann used to do useful. Let's go. Ja, okay, wir kommen bei dem nicht so weit, aber Loot-Drop kriegen wir noch. Let's go. Let's go, ich habe es geschafft, irgendwie über den Berg zu kommen. In Gold, du kannst mit Blau schon One-Shot geben. Aber mit Gold kannst du noch mehr One-Shot geben. Ja, ich habe einen Repetier-Sniper. Ich glaube, ich lasse dafür mal eine MP liegen. Vor allem, ich kann jederzeit durchziehen durch den Rocket Launcher. Vor allem, der Loot ist stabil, ne? Stabil. So kack ist unser Loot gar nicht. Aber es braucht halt eben wirklich ein gutes Duo. Und wir sind down. Aber ein Loot. Nein, ich habe es nicht hier bekommen zu finishen. Sein teammate ist jetzt, glaube ich, da. Loot, ich habe einen Gray-Hit. Aber die haben richtig Probleme von den Bots. Die haben Pressure von den Bots. Loot, die... Loot, ich weiß jetzt, was die einmachen. Die kämpfen gegen den Hai. Nein, unser Hai. Die haben den einen Hai getötet. Na klar, muft er nicht mehr, ne? Sein teammate kommen zu ihm. Ja, die sind jetzt so blöd hinterm Hügel. Aber vor allem, ne, wir sind das ganze Opfer wahrscheinlich. Digga, ich treffe nichts. Digga, du stehst halt eben direkt vor mir. Junge, kannst du mal aufhören, bitte genau da hinzubauen, wo ich... Wo ich gerade hingucke? Die kommen pushen. Sheet crack! Ja, Digga, wir bekommen halt den wirklich Pressure von allen. Habe einen noch? Bats, Digga, Double... Double Header, Digga. Habe einen anderen Pass noch? No, Digga! Du willst nicht wissen? Ne, ich habe einen noch so hart gegeben, die noch zu uns kam, ne? Und dann wurde ich von hinten gesnipet. Ja, richtig dreckig wurden wir geholt. Richtig dreckig. Aber ich habe dir gesagt, wir sind das Opfer von allen. Dass wir jetzt irgendwie was anderes spielen. Irgendwas anderes. Du, sind gerade zur Zeit so schwitzer, oder? Ich habe voll Hunger. Ich hatte kein Mittagessen. Sad life. Ich habe seit heute Morgen, 11 Uhr, nichts mehr gegessen. Oh ja, das wäre wirklich geil. Also, das wäre geil. Das wäre geil. Lass mal irgendwie im Party-Royale reingehen und da irgendeine Scheiße bauen. Habe ich gerade so richtig Bock. Aber Nico ist halt eben durchgehend im Launcher, ne? Oder ist es sein Bruder Finn? Oh, wolltest du nicht mit Nico schreiben? Oder lass mal Kreativ-Modus, ähm, aufhören spielen. Da halt eben da Leute ultimativ abwacken. Komm, vielleicht bekommst du jetzt ein Copyright, aber dafür ist es wert. Ich muss sagen, dafür ist es wirklich wert. Also, da kannst du dich dann nicht beschweren, dass du ein Copyright bekommen hast. Wir machen mit einer Rettung der Erde. Wir machen mit einer Rettung der Erde. So was warst, wenig Fleisch und vor allem? Jäger-Meister! Hi! Wir machen mit einer Rettung der Erde. So was warst, wenig Fleisch und vor allem? Jäger-Meister! Jetzt geht er aus! Danke. Was wollt ihr machen? Ich bin Manfred! Okay, was du meinst? Ich bin der einzige PS4-Spieler. This game is trash! This is shit, bro! Äh, sorry, dass ich jetzt zu spät kam. Niga, ich hab dich die ganze Zeit eingeladen. Die ganze Zeit, okay, ich hab dich irgendwie nur zweimal eingeladen. Ja, ich meinst du schon mal an, aber halt unten, unten im Pool. Hast du einen eingebauten Pool oder nicht? Man. Ich hab mal eingebauten Pool. Was? Das ist der einzige zu... Das heißt, ich darf jetzt beleidigen? Niga, der soll uns enden. Was scha... I'm ready. You're such a... I'm ready. Digga, wenn du einmal reinschreibst, ich könnte dich jetzt so abfacken. Der heißt Mikachu. Warte, jetzt muss ich kurz, ähm, ähm, ähm... Aber da gibt's richtig viele. Hä, Digga? Ich sag dir, ich hab, ähm... Ich hab dich mal abonniert, aber anscheinend nicht mehr. Ja, aber das war sein alter Account. Heißt du ernsthaft Mikachu, bräulst das? Ah, Mikachu. Der heißt nur Mikachu. Es gibt richtig viele Mikachus. Okay. Hey, Mikko, schick mir dann, ähm, mal deinen YouTube... Äh, ja, äh, Whatsapp. Oh, Digga, du bist im Gruppenchat, du Opfer. Hallo? Yeah, I can't speak English, ähm, but you not, I think so. Ja, na klar, irgendwer muss ja antworten. Kann es sein, dass Nico sein Headset gerade, äh, sein Headset rausgezogen hat? Kann es sein, dass du dumm bist? Ich mach mir irgendwann ein Soundboard, wenn ich das nächste Mal mit dir spiele. Ganz ehrlich. Dann mach ich mir ein Soundboard und dann fuck ich ab. Ja, aber was ist mit, ähm, Nico? Komm, er spielt ja noch, aber irgendwie ist was mit seinem Headset anscheinend. Warte mal, nein, er ist vielleicht Spielchat gegangen, Mikko. Moin. Wo bist du, Alter? Ich war am anderen Kanal. Echt, dann, dann hast du genau gewechselt, als ich gewechselt bin. Ja, aber ist halt scheiße. Ich hab nix, der hat, es hat, es sah so aus, als wenn er spricht, aber er hat nicht gesprochen. Bei mir ist es Gegner. Der ist bei mir der Spast. Nein, hier ist einer. Ja, ne, ich mein jetzt auch den einen Typen, unseren Teammate. Der hat mich grad ernsthaft gepick-exit, weil er seine Wand zerstören wollte, um durchzukommen. Du finischt den erstmal, aber ich hab noch sein, nein, ich hab seine Karte, glaub ich, nicht gekriegt. Egal, kann er auch von uns, die spielen da finischt. Ich möchte dich nicht aufheben. Ja, ich hab grad einen verhört. Ich hab grad einen verhört. Ja, ich konnte meinen nicht mehr verhören. Aber wahrscheinlich war das alles ein Team. Ja gut, du hast ihn. Was für Kills-Dealer? Digga, ich hab dem grad Double-Headshot gegeben. Ja, zu Thor, Thor, hast du eigentlich den davor eigentlich auch geholt? Ja. Der hochgeraten ist zu euch. Dazu kann ich nur Kills-Dealer sagen. Dazu. Also, ne, der in der Tür, den hab ich geholt, aber den anderen hab ich nicht bekommen. Welchen? Oder hat Chris Saul den geholt? Da muss, da muss der Saul den geholt haben, denn ich hab, ähm, drei Kills und ich weiß genau, dass ich keinen davon abgestaubt hab. Der andere kam grad durch die Tür. Von drei Leuten. Ne, ich hab, ähm, grade zwei Team, also einen hab ich in der Tür getroffen, der war bei dir. Den hab ich komplett mit deinem Pi weggelasert. Und dann bin ich zum nächsten, der war wirklich nicht One-Shot. Der war wirklich nicht One-Shot. Ich weiß nicht, ähm, über wen du gerade redest, aber den, den ich gekillt hab. Da hab ich, da hab ich ein ganzes Magazin für gebraucht, fast. Ich hab ein Typen... Also der hatte 100, also ich hab irgendeinem gegeben, der hatte 100 HP. Ich hab einem 86er Pump-Shot reingedrückt. Und dann haute er so ab. Und dann wollte jemand von euch den Verrücker zu erhauen. Lol, ich hab ein Jagdgewehr gefunden. Watz. Ja? Ja. Hier trinkt irgendwo wieder Wodka? Das ist doch locker, Nico. Hier, Nico, guck mal, da kriegst du doch ein 50er Wodka. Hier, Nico. da ist auch Packs mitnehmen fragezeichen was sind nicht also ich habe sechs minis dabei weil das einzige was ich dafür wegwerfen könnte werden die halt die Chili's m ich mag hier einfach mal ob jemand anderes den holen kann ich gehe mal eben ganz kurz zum alten Agenten unter Schlupf ich gehe zu diesem Boots Ränder ja aber das Haus ist jetzt kleiner geworden was ich echt doof finde Moment warum wusstet ihr dass im PS4 Spiel auch die Grafik von auf mich wurde geschossen ich habe jetzt wirklich PC Spieler Grafik ne das ist so unfair vom Berg aus ja ich hole mir hier die grüne Tag ah nein neunter ja ok ich habe gerade den Sniper Shot ultimativklasse gehört really? noch ein Killstealer? wie ich den kenne? ey aber wie du den einen Kill mir aber auch abgestoppt hast wir werden nur Killsteam gestoppt Digga unser Teamate geht einfach zu nem Lootjob ne ich gebe den so im 91er ich habe bisher erst einen Kill mit zwei wurden mir gestohlen keine Ahnung wer dein gestohlen hat aber den in der Tür den habe ich nicht gestohlen das kann ich dir sagen dann war es dieser Chris Hool hat mir eingestohlen und ein Mikko erst mal ne blaue Tag geangelt let's go weil ich glaube warte wie viel damage macht episch tschüss Jagdgewehr macht wie viel damage? 96? äh 6 96 glaube ich ähm oh das ist so scheißig für ein legendäres One-Shotie 96 ja 96 was machst du da? oh wollen wir nach Lazy? wollen wir nach Lazy? wollen wir nach Lazy? ja können wir ja dann kommt aber alle genau es gibt ja Heli Mikko Einsatzkommando ey Chris Hool wir gehen ohne den oder mit dem? nein Lazy na abfacken abfacken los ja komm flieg flieg hallo ich steh doch hier und jetzt auch nicht jecht 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 niko macht den jecht alter locker ist es so Mikkos Zuschauer und der verlässt Mikko jetzt gleich wegen dieser Aktion ah scheiß drauf wenn es Mikkos Zuschauer ist dann komm 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 ich hab das Rad an ich weiß immer ich glaub da Botslager Botslager Junge Mikko tot tot Junge ich hab dich nein ich habe dich abgeschossen weil du dich einfach vor mich gestellt hast Mikko Junge das machst du jede Runde jede Runde steht das fette Kind vor mir aber der hat doch gar keinen nicht so einen fetten Skin oder ist mir das fett geworden bei welchen Charakter ist es am schwersten den Kopf zu treffen Charlie klar also generell bei allen Bananen nein Knochen Charlie da sieht man den ein bisschen ja ok ja aber das ist auch ein eigenes Skin also das ist so eine Art eigener Skin so eigenes Thema ja oder ist Charlie an Halloween hast du gerade rumgeschossen ich nicht Chris Saul wahrscheinlich ist er irgendwie er ist safe aus Südkorea Hä also ich hab gehört Nico hat dann geschossen aber Chris Saul hat dich geschossen von hinten kommen Schüsse auf Chris Saul wird geschossen hey Digga auf fünf verschiedenen Richtungen kommen gerade Leute ich geh gerade aufs Haus lol Digga er sich einfach als Bot verkleidet nein warum wer hat gerade auf den Typen geschossen Digga ich hätte ihn so easy holen können warte ich versteck mich hier dadurch seht der mich nicht ja auch nicht wird hier halt gerade geschossen ja der probiert dich da rauszuholen der kommt aus Catty Corner kannst du ihn irgendwie runter weil du mal ein Gedanke ah ne der ist zurückgegangen ja der hat schlau gemacht der hat schlau gemacht boah der hat mich damit gemacht wie der aber gerade auch nur auf mich schießt ich glaube der hat immer noch nicht gecheckt wo wo ich bin safe Junge Miko und Chris Mokin und Miko wie läuft sie mit deinem Kanal und Miko wie läuft sie mit deinem Kanal der stirbt halt dem zur Zeit ab ne der einmal dich Niko ohne ich ist der jetzt übrigens Mod geworden ist egal der schießt egal der schießt der von der Seite wurde auch noch auf mich geschossen äh bei links links Chris Sowell er chill crack er jump patted ecklich ja hab ihnockt let's go einfach aus der Luft geholt digger L2 spam on fly ich will jetzt hier den anderen ich hol den anderen ich push den mit Miko Miko weißt du ne ähm erinnerst du dich nochmal so ähm Auto ähm regelt alter aber wo ist der runter geflogen der ist hier bei mir na ich mein ah hier ist der eine genockt bei mir ist sogar noch ein anderer gewesen ja der hat äh oder war der das ne der könnte es auch gewesen sein Digger Chris ja soll ich sagen wie ich den gepusht hab ich hab jetzt die mythische ähm aufladbare Pump oh ich hab ne epische Tag wo wurde jemand revived sogar hier ich glaub der hat gemerkt dass wir gefightet haben und hat dadurch seine Chance ergriffen die 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 sind unten im Haus die sind einfach unten im Haus eine dreißiger von den kommen noch gleich boah oh schade ich hab den Geely Effekt nicht mehr boah ich konnte äh von hinter dem Haus in Turms Richtung so ein Chris so ich bin jetzt ähm hier bei dir auch oben ja seht ihr die? ich muss halt noch ein paar zwei Marodele was ich noch n Digga 400 was meint ihr? Digga die campen da unten die warten bis wir runter kommen safe jetzt go wollen wir einfach runter gehen nein die sind hier unten die ist ja nicht die sind ganz unten die sind ganz unten die sind ganz unten die sind im anderen Haus die sind unter Mekko wirklich drin aber die treffen nichts das sind drei Leute einer hat einer hat shield hab einen ich komm Chris hol der andere ist vorbei mir ich hab gar keinen Schott getroffen der verhört mich da verhört Nein Digga Chris Oh du sollst weg gehen ich hab noch nicht einen Schuss getroffen komm der ist unter oh nein da kommt der Team mit Digga ich hab grad Fußlovel finishen Digga ich bin so low der ist da der Vorbild ist da ich sag wenn er was macht ich glaub der will mich finishen der will finishen glaub ich ne der kommt hoch der kommt hoch ich weiß ich hab's gesehen schade ich hab denen nen Schott gegeben ne ich hab Junge ich hab da nicht mehr hinbe... ich hab äh ich hab äh auszusehen die Senzer geguckt und eigentlich konnte ich nicht mehr editen Digga alter war das für'n Struggle Digga das war der größte Struggle den ich je hatte ne ja jetzt kann er alle teammates heilen aber ich glaub schaffen die das na einer ist schon verreckt ach ne einer ist gestorben ne das war umso Digga ne du willst ich wissen wie hart ich gezittert habe weil ich gemerkt hab ich hab noch ne Chance ey ich hab so hart gezittert mein Mod Digga ich könnte melden oder blockieren warum das heißt der ist jetzt Mod okay Herr Moritz ist bei mir nicht on der ist aber der ist im Stream aber theoretisch hast du Moritz? hast du Moritz? auf YouTube? nein ich meine ob ich den hat äh ob Torben weil im letzten Livestream wenn da der Chat an ist könnte Torben darüber dein Account finden weiß warte ich guck jetzt mal bei Hort Moritz Pro wo ist das H ähm hier Hort Moritz Pro schmeck ich mit Mikachu zocken naja der hat der hat Miku einfach nicht mal mehr verlinkt im Stream der hat nicht mal mehr dran gedacht dich zu verlinken Miku ne das Pipi das Pipi der kann landen wo er will es leckt vielleicht bei ihm es leckt vielleicht bei ihm ja er ist AFK der hat doch ähm stimmt hat Nico immer noch bestimmt äh die Zeit WLAN weil wenn ja ist vielleicht seine WLAN Zeit zu Ende moin ich bin wieder da ah wo warst du musste kurz auf Toilette hä wie schnell war der Pissen Digga der hat doch bis eben grad noch gesprochen ich hab ein Jagdgewehr wer jetzt ein Gegner aufgelandet I'm RIP no scope no scope headshot du bist doch immer so krass ja wahrscheinlich bin ich immer so krass alter ja wahrscheinlich natürlich oder du aimst headshot ne mit aim kann ich überhaupt nicht auf kurze Distanz das ist ganz schlimm ja klar mit Jagdgewehr ja also wenn du es kannst dann ist es Fulupi oh ich hab extrem extrem hier ist glaube ich niemand gelandet hä ich glaube hier ist kein anderer außer wir ich wollte halt nur wissen ob in meinem Haus Gegner sind wollte ich wissen und da habe ich geantwortet nein hier sind keine Gegner gelandet Jagdgewehr ich hab auch ein Jagdgewehr Miko wie lange warst du eigentlich gestern bei Moritz im Stream mitgezockt ich hab die Jo dann hast du ähm 1 bis 2 Stunden warst du dann nicht mehr dabei ja ich bin aber äh später ich musste halt bei dem 1 gegen 1 mit Moritz als wir auf dieser 1 gegen 1 war musste ich auch irgendwie bei vierte Stunde und 20 Minuten Miko 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 wie lange streamst du eigentlich noch das ist mein Lama Miko das ist mein Lama Miko das ist sein Lama Miko das ist sein Lama also lässt du es in Ruhe Miko ich muss Lama öffnen Miko ich muss Lama öffnen Miko hör auf Warte 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 wartet Ich komme meine Freunde mit Motorrot ey du bist tot oh ja ja ich hab es geschafft oh Gluke aus dem Lama Miko Watz easy den ich hab easy den Biggie abgestaut ey mit 10 HP gehört er sich dem Biggie ja na klar warum nicht ich glaube unser teammate hat struggle oder ah ne die bots sind da und unser teammate ist auch da ich glaube ich helfe dem nicht nur weil ich eben gut vorbereitet habe deine zeit ist nicht geliefert denn du hast dich im letzten moment bewerben oder es war noch nie jetzt ist sie hat irgendwer Minis ja ich habe einen kriegst du aber nicht ja deswegen soll Torben dir ja auch dein Mini geben dann gebe ich dir den Biggie ja okay Nico ich kann dir jetzt schon sagen du kannst meinetwegen den Biggie behalten das ist nicht mein Problem warum gibst du den Mini nicht her weil ich keinen Biggie nicht habe weil ich keinen Biggie habe du bist cool ich habe keinen Biggie okay ich habe keinen also kann ich keinen Biggie geben aber du kannst ihm doch den Mini geben von dir ja obwohl wenn Nico zu mir kommt dann bekommt er beides ja oh ne ich hab schon wieder diesen Tanzbar kennt ihr den ihr tippt so auf tanzen weil ihr tanzen wollt und dann müsst ihr immer was drücken damit ihr ja ja Miko jetzt komm hier hin dann bekommst du ein Mini und ein Biggie ich hab dir schon Biggie zugeworfen hast du den genommen hast du den genommen ich komme my friends hast du den genommen woher hast du den Tanz ey warum ey du weißt schon dass ich die Chess gelootet habe dass es mein Biggie war eigentlich den ich für dich da hingelegt habe Miko guck mal was wir machen lass den Jungen mal in Ruhe nicht so LES GO NICO WUUU aber der der hat's keinen OG Banner ich dachte ob er vielleicht auch nen Battle Bus hat und hier ist hast du diesen warte ich will das gehe ich gehe damit jetzt in die sohn ich probiere es zumindest ich kann ich da jetzt gleich wieder und da kommt bayern gegen leipzig und leipzig mit dem tor miko miko ich möchte einfach mal kurz wissen was du zu dem spiel gestern hält zu welchem spiel hier dortmund leipzig der dortmund leipzig wo dort ganz kurz im prozent hat 2 0 für dort in leipzig miko in leipzig und was hältst du vom spiel dort gegen mainz ja dort und zwar irgendwie 2 0 verkackt aber was hältst du mit dem spiel düsseldorf leipzig das ist halt for real so weil dortmund hat eigentlich aufgegeben die wollten die haben gar nicht gespielt ja aber was hältst du von den letzten 5 minuten niko von den letzten 5 minuten düsseldorf leipzig weiß ich schon nicht war doch auch schön ne in den letzten 5 minuten kriegt leipzig noch 2 dinge herein von düsseldorf düsseldorf hat 2 dinge in den letzten 5 minuten bei leipzig reingemacht ja schon bisschen mehr da uuuhuuhu uuuhuuhu sniper gezückt hier ist ja war anscheinend der tornado ja oder kann auch nicht der tornado in deine aar äh vor uns einer noch einer hat 680er hit ich hab den lockt ich bin auch lockt bau bau du kannst nicht bauen ja jetzt kannst ja komm hilmich hilmich lenkt die ab lenkt die ab niger mein bruder mein vorn ist ab 16 niger probiert doch gar nicht erst mich mit mir anzulegen sich mit mir anzulegen ja ja ich weiß ähm ich bin ja deutsch nein die sind nicht alle tot ich hab nur einen typen hier genockt der pushen kam ja weil ich sehe keinen mehr um ihn lecker schmecker jagdgewehr zu holen ich bin runter gefallen ich bin runter gefallen ich bin runter gefallen warum sagen alle shield broke ja da klar es heißt ja auch eigentlich shield crack unser team hat gerade verreckt ja die ganzen luten haben der ist nach vorne bei mir hat er mir gerade erst auf den loskopf gegeben Digga, was sagst du bitte, die sind beide in meine Box gekommen, ich hab fast eine Hops genommen, du Opfer, Alter. Hä, ich hab auch einen Hops genommen. Ich hatte aber 30 HP. Ne, ich hatte 80. Ich bin schon wieder sehr viel. Aber scheiß ich hieß es More. Miko, kannst du jetzt mal endlich deinen YouTube-Link über WhatsApp schreiben? Ich würde vielleicht mal gern so in deinen Livestream mal reingucken und damit ich mal deinen Load absehen kann. So, was du so viel Load-Up ab und so hast und ob du ihn geschildert hast. Obwohl du nichts sagst. Schickst du jetzt über WhatsApp? Miku mit drei Abonnenten. Zwei davon bin ich. Miku, wie ist denn dein genauer Name auf YouTube? Mikachu. Und ein roter Pikachu und ein grüner Pikachu ist das. Ja, wenn ich hier Mikachu eingebe, kommt nur Mikachu Brawl Stars. Ja, such, du findest den auch nicht. Ich hab den übern Link beim Computer. Also einmal hat... Ich glaub, der nicht genügend Abonnenten. Der hat drei Abonnenten. Ja, und drei ist nicht genügend, ne? Und zwei Leute mögen im Moment seinen Livestream. Egal, ich geh da jetzt auch noch mit dem Handy rein, installen, was meint ihr? Kannst du mir da wenigstens den Link schicken, da Mikus ja nicht tut? Ich bin Mod bei dem. Hey Junge, jetzt schick mal Link. Und Miku muss mich da Mod machen. Ja, Frau Tiller, okay. Frau Tiller. Hey, eigentlich, wollen wir alle in den Spielkanal gehen? Nein. Es sind die... Obwohl es ist ein PlayStation-Spieler. Let's go rein da. Hallo? Hallo, hallo. Can you speak, äh, Germain? Ah, yes. Hallo? Geil. Hi. Moin. Hallo. Ah, ah. Ich hab in deinen Stream geschrieben, Nico. Mit meinem Handy. Ja, ich wollt's dir nur sagen. Ich land direkt hier vorne bei dem Lama. Sche- Ich hab noch nicht meine Waffe, ich öffne direkt Lama. Ja, ich hab ge... Ich hab den ersten Schuss mit Jagdgewehr. Einfach, äh, no stop. Das war's ja mal wieder komplett. Ja. aber ich hoffe du sagst hier keine Schimpfwörter nein nein und wenn ich es auch nicht schlimm wenn ich es nicht schlimm mich interessiert auch nicht ja und ich habe einen Mini für dich sicher ich glaube ich hätte den dann schon durchlöchert ja bei mir auch der Safe reingangen scheiße ach zum Glück der Safe hier in der Fabrik ähm 400er Ping schlau zu pushen was meint ihr? deine Entscheidung da nehmt er sich da vorne vor der Fabrik der bau sich gerade hoch ich hab den gerade gesehen er pusht gleich er ist hier ja ich bei mir Schläge ich hab halt irgendwie ja du kommst aber nicht hoch irgendwie ne da hat man ein Problem Scheelbroke ja es gibt nen Tresor ja sorry ich sag's immer falsch es heißt Scheelcrack ja wollte ich gerade auch sagen bei mir wieder Scheelcrack wieder Scheelcrack verhört man eben ganz doll danke danke dass mich wenigstens danke dass wenigstens einer nochmal Scheelcrack danke dass alle immer zu mir gehen und mich attackieren ja Nico man braucht halt eben auch Kills ne ja er ist rausgegangen und dann ist er gestorben bleib hier ich hab uns nen 6er Träger mitgekommn oh fuck ja wir gehen einfach zu unserem Teammate der die Karte alleine gejustet hat und ich jetzt gleich am Fallschande sterbe und unlogisch komm wir gehen alle in den Container Container Party sehr gut hier kommt alle rein Juuu ich hab was zu uns auf mitgenommen komm 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 yeah let's go zu Fortseller let's go zu Fortseller wir sehen oh hier Wohlfalldamage! Och kacke, ich hab kein Vor-Damage. Ich bin auf dem Zaun gegangen und hab mich kein Vor-Damage bekommen. Es kann... Es sind nur zwei Zuschauer. Wiko, bei dir läuft es zwei Zuschauer mit drei Abonnenten. Oh! Bist du YouTuber? Was los? Ich schau gerade mit zwei Leuten. Wie heißt der? Also YouTuber kann man es nicht nennen, ne? Mikachu heißt er. Warte mal. Der streamt gerade. Ok, ich hab auch einen YouTube-Kanal. Aha, und wie heißt du? Low Bros. Was? Low Bros. Achte, da kommt noch jemand. Da vorne ist auch noch jemand. Es hat... Es hat gleich Shield-Crack. Lol, da sind Bots, da sind Bots. Vorsicht, da sind diese Dreckschläger-Marodeure. Einer Shield-Crack. Ja, ich hab da jetzt mit dem Boot rein! Ähm, Mikko, einer, der zu dir kommt, hat Shield-Crack. Bei mir direkt. Wuh! Ey, die Sonne. Hey, Junge! Handyku, was hast du gemacht, Alter? Ich fahr da mit Boot lang! Jaaaa, Hilfe bei mir ist auch jemand! Wazir, den HP! Den HP! Den HP, ich muss erstmal ganz kurz einmal einen taktischen Rücksicht. Komm zu mir! Komm zu mir! Hey, nein! Warte, ich komm zu dir, Nico! Ja, mit meinem Handy war ich da drin! Mit meinem Handy war ich da auch drin! Der John pettet! Der, als zweites, der kein Mod ist, ist mein Handy. Warum bin ich kein Mod? Ich bin ein bisschen gesprungen, ich hoffe es nicht. Na, der ja! Ich hab aber einen Noct. Das ist einer, der Team-Helts ist noch. Der 10 HP. Kannst du mich mitnehmen? Ja! Kann ich, äh, die nächste Runde auch mit euch spielen? Ich muss nach dieser Runde off. Zockst du eigentlich auch Arena? Ich? Ja! Das Aussteigen. Äh, nicht zu viel, nicht zu viel. Also sehr selten. Unser in den Busch. Warum markierst du denn? Hast du hier? Nein, leider nicht. Ah, schade. Kommt das hoch aufs Haus, ob da noch ein Matkit oder so liegt? Ja. Wär sehr wichtig, wenn da ein Matkit liegen würde. Und dann sind da gleich Gegner, die uns überraschen. Ich glaub da sind Gegner. Also ich... Also ich... Also ich... Das ist für ne Kacke. Oh, sch... Ich hab's für real nur wegen einem Link geschafft. Miko, du hast drei Abonnenten, oder? Zwei Videos oder wieviel hast du? Da ist gerade oben. Der ist gerade oben hier. Ja, hat ein bisschen dabei. Warum seid ihr eigentlich alle so low-leveled? Oh shit. Warum bist du so high-leveled? Das ist nicht high-level. In den ersten zwei Tagen habe ich 20 Level gehabt. War ich level 20. Ich weiß nicht, ob man das high-level nennen kann. Aber ich sag mal so. Manche Leute sind doch schon auf 182. Und das sind die, die komplett rein schwitzen und sich Bettelpass durchgekauft haben. Ja, die haben sich Bettelpass durchgekauft. Und zocken mehrere Tage am Stück. Oder TutuTV, der ist ja schon level 200. Ja, der macht aber auch World Records, James. Äh. Nein, das ist Lama. Da hat jedes Menschen Lama gefunden. Oh, da, da vorne ist ein Botz. Bisschen Schläger, aber warum? Miko, du musst mir wirklich den Link schicken. Dass ich auch ein bisschen metze. Das ist ja schlimm, wie viel es hier gibt. Wo du zu mir kommst, ich gebe dir einfach all mein Metall. 700 Stück liegen da. Okay. Komm schnell, komm aus dem Haus. Komm, 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 komm. Vor allem, du gibst Mikacho ein und was, auf was triffst du irgendwann? The Lost Turtle PH. Was hat sowas von was mit Mikacho zu tun? Junge, was hat bitte Disco Park YouTube mit Mikacho zu tun? Du musst mir wirklich den Link schicken, du findest, du findest es sonst nicht. Na, ich muss jetzt auf. Okay, tschau. Okay, tschau. Okay, tschau. Okay, tschau. Kannst du mir erstmal den Link schicken, gleich Miko. Auch wenn du nicht mehr streamst. Ey, das ist so scheiße, ich hab im Moment einen 700er Ping. Achthunderte. Egal, kann man wohl hier nicht mehr aufhören, irgendwas zu machen. Da vorne. Ja, das sind aber die Bots, die schießen aber irgendwo drauf. Komm, noch was hin zu den Bots und gucken, wo drauf die schießen. Ist ihn aber noch echt? Ja, voll, ich bin ein Typ runter, ja. Bei dir jemand? Oh, Shield Break. Ja, ich brauch Hilfe. Noch einer knockt. Oh, die haben hier eine Achtung, da vorne ist noch jemand. Die kommen jetzt von hinten. Oh mein Gott, das ist das andere Team. Einer hab ich genockt. Bei mir sind sie's beiden. Ich war auf einmal tot. Ich hab noch nicht mal Schüsse von denen gesehen. Schade. Das ist nervig halt, wenn du... Die haben gefinisht. Ich dachte, du... first. Hä? Was? Der leckt da. Der leckt da oben. Der bewegt sich aber. Kann ich noch mal ein... Also, kann ich mit euch weiterspielen dann? Okay, okay. Ja, muss den kurz einladen. Muss den kurz enden. Okay. Was kann ich hier alles als Mod? Nutze auf diesem Kanal ausblenden. Okay. Ich kann Nachrichten entfernen. Äh? Blockieren? Ich kann aber, wenn ich bei Mod... Zurückzieher. Ah Ey, das hier finde ich jetzt komplett scheiße Die habe ich jetzt auch gelöscht Hallo Wie geht's? Gut, und dir? Oh, du bist Level 20 Wen hast du gerade eingeladen? Oh, du bist Level 20 Warum zocken wir jetzt Arena? Nein, da kommen wir aus Arena Also wie heißt du jetzt auf YouTube? Pikachu Heißt er So wie sein Name Ja, ich habe nur gerade nicht bereit gemacht, weil bei mir leck war Ups Äh, wie viele Abonnenten hast du? Der 3 Der Kanal existiert aber auch noch nicht lange Miku, machst du mich ganz kurz krumm, mein Führer Jetzt können wir loslegen Oder wie viele Arena-Punkte hast du? Ich meine den anderen Was ist Arena-Punkte Auf diesmal count 0 Aber ich habe noch andere Akkampf Dann freu dich gena- Ja Hä? Ja? Was soll ich da sehen? Oben rechts Abonniert mich Ich finde dich nicht Ah, sorry Mal anpassen Ja, ich will einen anderen Namen Warte Welche als erstes hast du denn alle? Ja, kann natürlich sein Wie kann ich meinen Namen ändern? In YouTube Mein? Ich soll auf Mein Kanal Geh ich drauf Video hochladen Kanal-Info Kanäle Ja, sorry Digga, warum willst du direkt raus? Aber wenn du meinst Ich weiß, wo die sind Da ist einer Da neben dem Baum Und da Es gibt halt mehrere Es gibt halt mehrere Ja, einer ist da beim Baum Eine ist hier Und einer ist da Komm, ich weiß nicht, ob welche mitkommen Ich lande hier hinten Kannst du ja nicht? Ich lande hier hinten Ich lande hier hinten Und nehme da weg den Kohl aus dem Garten mit Man muss sich ja auch in diesen Zeiten im Moment gesund ernähren Ansonsten wird man noch zu dick Das war schon letztes Schuljahr Wie alt seid ihr? Natürlich Nein, hab ich nicht Hab ich leider nicht Ja Aber ich darf ja auch noch nicht ins Fitnessstudio Mit zwölf darf man ja noch nicht ins Fitnessstudio Ja, aber trotzdem bin ich in der siebten Klasse Da läuft doch irgendwas falsch Hier ist ein Zwerg Man, wo ist das? Kannst du mitnehmen, Miko? Okay Ich brauche Hä? Sachen, die hier Was? Medio Ah, der ist da drin Da, wo ich markiert habe Wie viele Abonnenten hast du? Hier Hier oben ist auch einer Ein und vierzig Machst du Live-Streams? Ja, ab und zu Okay, zockst du da mit Abonnenten oder was? Ja, manchmal auch Also ich habe ab und zu Und ich habe auch so eine Montage aufgeladen Er wirft Granaten Ich nicht Ich nicht Miko? Miko? Ich meine Habt ihr denn auch Granaten geworfen? Ja Ich mag den voll Und er passt auch richtig gut zu diesem Skin Ja Miko, wie sieht es mit Valorant aus? Zockst du das? Sorry Ich frage gerne doppelt Ich bin hier vorne beim Wagen Ich dachte mir Dann esse ich ein bisschen Dörrburger Ein paar Burger sind ja nie schlimm Das ist schon gescheitert Was macht ihr? Schwimmt ihr jetzt ernsthaft zum Strudel? Ja Schau mal, was für Für was der ist Der schallt euch genauso hoch wie die anderen Der Klitsch? Ja Okay, dann ist das Wer ist das Strudel? Mh, mh, mh Ah ja Was machst du ein Sweetie, Miko? Sweetie, Sweaty ist mir doch scheißegal Sorry, du Mathe-Genie Ich meine Englisch-Genie Sorry, du Englisch-Genie Mathe bin ich ja das, Genie Benutzer ein Strudel Uh, geschafft Geht so ein 1000 XP dafür, dass ich einen Strudel benutzt habe Da ist schon hier die Logo von 4.9 am Start Hat es ein Solten noch Gegner? Ob es ein Solten noch Gegner hat Auf jeden Fall, wenn ihr Gegner seht, die werfe ich dann mit Granaten ab Ich habe zwölf Granaten dabei, damit ich das machen kann Schau jetzt wieder deinen Streamer an Warte jetzt Warum, du hast doch zwei Abonnenten? Du hast zwei Videos Ich muss ja hier den Stream kurz nebenbei anhaben Hallo, ich muss aufpassen, dass niemand im Stream Scheiße baut Dafür bin ich zuständig als Mod Das ist meins Dies 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 ist yours Ich würde am besten einen bauen, sonst werdet ihr euch noch gesniped So, fertig Was drin Das Eine auch Miko, kannst du mir nochmal erklären, wie man den Titel eines Das Streams ändert Als Mod Nein, weil Moritz hat gestern gesagt, als ich auf dem Handy Weil ich bin auf dem Handy Vor mir steht die Gegner Hat ein Hunderter, hat ein Hunderter Mit meinen Granaten kann ich damit schlafen Ich habe mit meinen Granaten einen Hunderter reingedrückt Da wirst du auch Granaten Zwei Ein-Dreißiger Ja, fünf Euros Der hielt sich aber auch mal wieder Bei mir direkt Ist noch ein anderer Ja, wir sind drei Leute Hau ab, hau ab Ich meinte eigentlich unser Team-Mate, dass er abholen soll Kann nichts machen Ja, klar Ist halt nervig, dass man immer wieder zurück zur Lobby Oh, es sind zwei Zuschauer da Wenn du dich bereit machen kannst Nein, ich bin einer Nein, ich bin einer Ob er dich vielleicht nicht hört Durch den Stream Wollt ihr Arena Oder eher Teams Teams Natürlich mit auffüllen Warte, ich bin einer ganz schnell wieder zum Gruppenanführer Also ich würde denken, dass Moritz da ist Aber eigentlich würde der schreiben Ah ja, jetzt habe ich dich Ich gucke noch den Stream von euch Was? Ich gucke noch den Stream Ja, das bin ich Das bin ich Dann achte ich Äh, es sind jetzt drei Ja Bei mir drei Aktuell drei Zuschauer Bei mir auch Warte mal, ich kann dich noch abonnieren Dann hat er endlich vier Abonnenten Aber ich finde es doof, dass man hier keine speziellen Digger hat Wie auf Twitch Auf was spielt ihr? Auf was spielt ihr? Auf was spielt ihr? PC Also ich spiele auf PS, aber mit Tastatur und Maus Beim PC ist nämlich kaputt Ähm, okay Misty Meadows Oh Oh Hallo? 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 Hey, da geht's. Chicken nuggets! Chicken nuggets! Okay... Chicken nuggets? Döner ist das beste. Döner? Aber wovon? McDonalds? Was? Warum hat man ein Voice Changer? Aber wovon? McDonalds? Was? Was? Vom Haus, vom Haus aus, ich hab 4 HP. Ey, dass er mich nicht gesehen hat. Dass er mich eben nicht gesehen hat, als ich rebooted habe. Miko, wenn du vielleicht Hilfe für mich hättest? Ich kann nicht herkommen, ich werde dir abgeschossen. Oh, fuck you! Hol dir eine Waffe und mach auf dem Dach da oben, ist jemand. Wenn du Mad Kids rüberwerfen könntest... Werf, werf! Ich hasse die neue Part, ne? Der kann... Der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ist so... Mein Bruder fackt schon wieder ab. Fortnite erst ab 16. Fortnite erst ab 16. Niko ist gar nicht in Ordnung. Fortnite erst ab 16. Ja, eigentlich schon. Jetzt können wir ja bereit machen. Ja. War einfach nervig, dass der Dude von oben die ganze Zeit kam. Ich konnte halt nix machen. Wir hatten Glück, dass... Ich hatte Glück, dass ich dich rebooten konnte. Das kann nicht immer sein, dass ich gleich auf muss. Digger, bei mir ist immer noch... Anzeigen... Bist du immer noch drin? Love Bros? Im Stream? Ja. Ja. Okay. Dann ist jetzt kein Zuschauer mehr da. Aber es wird ständig in den Chat geschrieben, hab ich das Gefühl. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020